Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Mein Aufellers ist seit 15 Jahren Geschäftsführer der dpa-info.com und mir ist neulich ein alter Kress-Report in die Hand gefallen. Start-ups war das Thema des Sonderhefts und ich fand, man konnte das Heft nochmal genau so drucken. Hat sich eigentlich in den 15 Jahren gar nichts getan? Ich glaube, es ist so, dass die Geschwindigkeit, in der sich die Dinge verändern, sich auf der Strecke verändert. Und wenn ich jetzt gerade im Moment schaue, dann habe ich das Gefühl, dass das Karussell der digitalen Medientransformation sich nochmal enorm beschleunigt. Also wenn wir jetzt allein aus den letzten Wochen Dinge nehmen, wie Instant Articles von Facebook, die Ankündigung von Apple News, die Initiativen von Google im Bereich Google News Lab, Digital News Initiative. Also die großen Plattformen sind dabei, das Spielfeld für die digitalen Medien nochmal zu verändern. Gleichzeitig sehen wir, dass die digitalen Medienhäuser, ich schaue mal so auf die Ostküste in den USA und denke mal so an Namen wie Business Insider, Vox Media, Vice, BuzzFeed, Gorka, alle sehr, sehr erfolgreich, mit einer ganz klaren Fokussierung. Unter 40-Jährige, alles muss zuerst mal mobile-first funktionieren und es muss unter Social-Media-Gesichtspunkten optimal performen. Wenn ich mir also anschaue, wie all die, die sich wie der Fisch im Wasser wohlfühlen in der digitalen Umgebung, wie die das Tempo verschärfen, dann ist es verdammt schwer für uns, Schritt zu halten. Wenn wir jetzt von diesen Marken sprechen, die Sie gerade angesprochen haben, dann sind es ja meistens Digital-Only-Medien, Medien, die aus dem Digitalen heraus geboren sind. Ist das, was die machen, in irgendeiner Form übertragbar auf klassische Printhäuser? Das ist eine ganz schwierige Frage. Und eigentlich haben wir ja eine Wette, die da draußen läuft. Und diese Wette heißt, die klassischen Medien sind wunderbar unterwegs mit den Zielgruppen über 40, die mit diesen klassischen Medien aufgewachsen sind. Da funktioniert alles, da ist die Loyalität da. Genauso deutlich müssen wir aber sagen, bei den nachwachsenden Zielgruppen unter 40, das, was die Amerikaner Millennials nennen oder Digital Natives, da ist genauso klar, wie schwer wir uns tun mit den klassischen Marken, den klassischen Inhalten, den klassischen Formaten, diese Gruppe an uns zu binden. Und Sie haben völlig recht, die Frage wird sein, gelingt den klassischen Medienmarken dieser Spagat, diese Transformation? Die reinen Digitalen, die, die sich wie Fische im Wasser wohlfühlen in dieser Umgebung, die haben da keine Schwierigkeiten. Da heißt der Grundsatz, von Millennials für Millennials. Bei den älteren Marken, bei den traditionellen Marken, viel, viel schwieriger. Man hat den Spagat. Wir wollen die alten Zielgruppen weiterhin glücklich machen. Wir wollen aber gleichzeitig die neuen gewinnen. Ganz schwierig. Ich sehe den Guardian und seine Initiativen in Richtung Mobile. Ich sehe die New York Times und die Konsequenzen, die sie aus dem Innovation Report intern zieht. Sicherlich das ein oder andere regionale Zeitungshaus weltweit, das versucht, da mitzugehen. Aber es ist tatsächlich ein enormer Kraftakt mit vielen Risiken. Und wir wissen alle nicht, wem es am Ende gelingen wird und wem nicht. Aber mal Hand aufs Herz. Wir reden da ja jetzt von Häusern, die sitzen in New York, die sitzen in London. Wie kriegt man digitale Talente nach Heilbronn und nach Oldenburg? Naja, also digitale Talente gibt es, glaube ich, überall. Die Frage ist nur, sehen die Verlagshäuser als ihre Partner? Und das ist ja einer der Gründe, warum wir als dpa den Next Media Accelerator gestartet haben. Weil es ein Versuch ist, dass wir tatsächlich versuchen, nicht zu sagen, die müssen zu uns kommen, sondern wir wollen direkt rein in die Szene und wollen denen, die Gründungsideen rund um mediennahe Themen haben, wir wollen denen ein Angebot machen. Wir wollen die frühzeitig, wir wollen von ihnen lernen, wir wollen mit ihnen auf Augenhöhe kooperieren. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Investoren, also Medienhäuser, dass die viele Impulse von diesen Startups bekommen, für diese vorhin geschilderte, so extrem schwierige digitale Transformation, die man von innen heraus mit den bestehenden Organisationen und mit den bestehenden Leuten vermutlich nicht hinbekommen kann. Weil an der Stelle vielleicht so ein Beispiel, wenn bei Vodafone oder bei der Telekom vor zehn Jahren jemand die Idee gehabt hätte als Entwickler, man kann einen Messaging-Dienst machen im Internet, mit dem man SMS quasi überflüssig machen kann. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der wäre zu seinem Deutschlandgeschäftsführer gesagt und hätte gesagt, ich habe hier eine tolle Idee. Der hätte die Charts gezeichnet und gesagt, weißt du eigentlich, wie viel Deckungsbeitrag wir mit SMS machen? Also Disruption, disruptive Innovation heißt manchmal eben auch, einen Ast abzusägen, auf dem wir jetzt im Moment alle noch sehr bequem sitzen. Und das können Sie in einer bestehenden Organisation, die sozusagen auf diesem großen Ast sitzt, können Sie das eigentlich nicht machen. Das können Sie nur von außen tun. Und dafür brauchen wir Startups in einer Umgebung, in der die völlig unverstellt ihr Ding machen können und zeigen können, da geht etwas, das uns vielleicht heute nicht gefällt, aber das wir in Zukunft vielleicht mitbetreiben wollen, mit dem wir partnern wollen und das dann im Zweifel eben nicht aus Kalifornien kommt. Dafür haben Sie nun auch den Accelerator, also ein Programm, das außerhalb von Verlagshäusern läuft, das Leuten auch die nötige Luft zum Atmen geben soll. Kriegen Sie da wirklich genug Talente ran, die in den Medien was gründen wollen? Weil die Leute könnten ja auch im Online-Shopping was machen. Die Leute könnten in ganz anderen digitalen Bereichen viel bewegen. Also wir sind überzeugt und alle Indikatoren, die wir auch in der Digitalszene weltweit sehen, deuten darauf hin, die Faszination für Information, für Inhalte ist ja ungebrochen. Die Menschen konsumieren mehr Inhalte denn je. Der Zugang zu Informationen ist größer denn je. Und das, was man da New Storytelling nennt beispielsweise, das sind so Dinge, da haben wir den Eindruck, dass das immer noch viele, viele talentierte junge Menschen weltweit fesselt, aber die wollen anders rangehen, als sie es in einem etablierten Medienhaus tun können. In diesen etablierten Medienhäusern, treffen die da auf Strukturen, die sie irgendwie reizen oder treffen sie da auf verkrustete, althergebrachte Hierarchien? Ich denke, man kann schon sagen, dass die etablierten Medienhäuser in ihrer großen Zahl die Notwendigkeit zur Transformation, zur digitalen Veränderung erkannt haben. Und überall verändern sich Strukturen, überall wird erkannt, wie wichtig es ist, dass man von den jungen Digitalen lernt und dass man sie als Partner auf Augenhöhe gewinnt. Und der Punkt ist aber nur, die Geschwindigkeit, in der das passiert, ist unendlich viel langsamer, als die Geschwindigkeit, in der draußen die digitale Disruption passiert. Insofern glaube ich, werden Medienhäuser, genau wie wir es als dpa letztlich auch machen, nicht daran vorbeikommen, eine Parallelstrategie zu fahren. Auf der einen Seite mit den Startups, mit den jungen Gründern zu kooperieren, aber so, dass wir sie machen lassen. Auf der anderen Seite aber eben schauen, was können wir von ihnen lernen, um den Umbau in unseren Häusern zu beschleunigen. Beide Dinge müssen parallel nebeneinander funktionieren. Es ist sozusagen wie ein Medienhaus der zwei Geschwindigkeiten, das man vorübergehend braucht. Musik 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 Musik